Heute zocke ich wieder Dragons Aufstieg von Berg. Wie ihr seht ist mein ohne Zahn schon auf Level 22. Ziehen wir erstmal die Drachen durch. Hier habe ich meinen flüsternden Tod. Der ist auf Level 21. Zack hier könnt ihr, habt ihr gleich mal so eine Übersicht. Wie viel Holz er sammelt in einer Stunde. Fisch sammelt ihr ja nicht, seht ihr ja. Der ist wie gesagt auf Level 21. Der ist auf Level 22. Den könnte ich eigentlich auch mal kurz ran rufen und füttern. Zack jetzt ist er schon auf Level 23. Und lasse ich ihn gleich mal weiter Holz sammeln. Hier haben wir unseren Glutkessel. Der ist auf Level 21. Ich finde der fliegt ein bisschen langsam. Der chillt immer ein bisschen rum. Hier unser Gronkel auf Level 18. Können wir mal gucken was der so einsammelt. Also der ist besser für Holz wie ihr seht. Der Glutkessel ist hier. Zack. Der sammelt nur Fisch. Na ja. Mein riesenhafter Albtraum. Der trainiert gerade. Braucht nur 39 Minuten. Da ist er. Zack. Der ist auch eher für Fische gedacht. So was haben wir hier noch. Nochmal den riesenhaften Albtraum auf Level 18. Und hier mein Gronkel auf Level 18. Der ist wie gesagt besser für Holz. So. Hier drüben habe ich eigentlich meine beiden besten. Zack. Mein tödlicher Nader auf Level 18. Der sammelt schon ganz gut. Neuneinhalb pro Stunde. Von Fisch und Holz. Also jeweils. Ist schon eigentlich ja nicht so verkehrt finde ich. Hier haben wir meinen anderen. Der ist auf Level 22. Schon ein Stückchen besser. Der sammelt schon 12.000. Der Nachteil ist beim tödlichen Nader. Dass der halt nur hier 36 Minuten sammelt. Ah. Den will ich aber hier rechts. Jo. Der soll hier das Holz einsammeln. Und der sammelt nur 27 Minuten. Ah. Der fliegt hier jetzt erstmal hin. Jetzt macht er gleich mal einen Köpper. Kann man mal ein bisschen zugucken. Zack. Ist er weg. Und dann jetzt wieder zurück. So. Hier können wir auch mal ein bisschen kurz zuschauen. Der sammelt hier das Holz. Die Wikinger können hier buckeln. Bei 30 Grad im Schatten. Und er sammelt das Holz ein. So. Nehmen wir mal hier wieder weg. Ah. Das dauert nur noch 30 Sekunden. Das ist cool. Holz haben wir schon eine ganze Menge. Kapazität haben wir von 100.000. Ich habe schon 85.000 knapp auf Kante. Hier können wir auch gleich mal gucken. Hier können wir auch eine Kapazität von 100 Fisch. Wir haben 30.000 drin. Ja. Nicht so verkehrt. Hier gibt es die verschiedenen Wikinger Häuser. Das sind Wikinger Häuschen. Das sind Schuppen. Wikinger Kate. Und Wikinger Hütte. Hier eigentlich eine Windmühle. Da wohnen eigentlich die meisten Wikinger drin. Können wir hier mal auf I. Die steht für Informationen. Wisst ihr ja. Zwölf Wikinger. Oh. Unser ohne Zahn ist zurück. Ich bin mal gespannt was er uns bringt. Ich habe mal hier ein paar Teile hier oben rausgegeben. Gucken. Gucken was da so drin ist. Yes. Das Ei haben wir. Geil. 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 Das brüten wir gleich aus. Alter. Das dauert siebeneinhalb Stunden. Ist ja unglaublich. Jetzt können wir gleich mal gucken hier. Zack. Zack. Da kriegen wir nämlich den Wechselflügler. Naja. Ich wollte es einfach mal probieren. Was wir hier kriegen wenn wir alle drei ruhen. Also wenn wir alle drei Kisten hier kriegen vom. Zack. Wen suchen wir jetzt. Wir suchen gleich nochmal den tödlichen Nader. Den finde ich eigentlich am geilsten von allen. Weil wenn man den hat. Der ist einfach mal für die Ressourcen. Der geilste Drache den gibt finde ich. Gut. Das Ei wird ausgebrütet. Können wir gleich mal gucken was das kostet. Wir haben 103. Hohohoho. 103 Runen ist krank. Zack. Sammeln nun Holz ein. Zack. Den Fisch. Jo. Also so sieht schon ganz gut aus. Wie ihr bereits denk ich mal wisst. Brauchen wir um ein Wikinger zu bauen. Also um ein neuer Wikingerhäuschen zu bauen. Brauchen wir mindestens sechs Drachen auf Level 24. Sag ich noch ein bisschen was vor mir. Aber das werde ich schon hier backen kriegen. Ah. Können wir gleich mal gucken was hier drin ist. Hoffentlich kriegen wir kein Holz ey. Ich will Fischer. Yes Fisch. Hey warum haben wir nicht mehr dazu gekriegt. Was ist das für eine Verarsche. Achso. Wo Liebe hinfällt. Hausmusik aufbauen. Können wir gleich mal gucken. Zack. 85. Könnte ich machen. Aber erstmal lass ich es noch. So. Den können wir nur zum Training schicken. Den könnten wir füttern. Den können wir zum Training schicken. Den nur zum Training. Den nur zum Training. Den können wir noch füttern. Und den. Dann füttern wir den hier erstmal. Zack. Zack. Jetzt haben wir den schon auf Level 23. Also jetzt seht ihr schon. Jetzt können wir hier schon Jut sammeln. Ah. Machen wir auch erstmal. Mann der soll hier Holz holen. Komm zurück. Und hol hier rechts Holz. Mann. Lass mich verarschen. Jutze. 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 Wie sie so vorangegangen ist. Koffer euch hat es gefallen. Wenn ja dann verjässert abonnieren nicht. Wir sehen uns beim nächsten mal. Haut rein. Tschau.